Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Ja, es wurde schon mehrmals jetzt sich gewünscht. Ich sollte mal wieder so ein Bambaui Video machen. Anscheinend sind die Videos doch gern gesehen. Diese billig Lego Variante sage ich mal. Ja und jetzt habe ich hier mal wieder so ein Teil mitgebracht und das werden wir jetzt aufbauen und uns dann mal angucken. Ich werde das Ganze wieder filmen, wie ich es aufbaue. Mal sehen, vielleicht kann ich es zusammenschneiden, dass es ein kurzes Video dann wird, also in Zeitraffer. Wenn nicht, schneide ich das Zusammenbauen raus und zeige ich euch dann zum Schluss die fertige Figur. Werden wir sehen. Ich fange jetzt erst mal an und nehme das jetzt hier mal raus. something. k So. Ja, es hat jetzt ein Momentchen gedauert, bis ich das zusammen hatte, aber gut, es hat geklappt. Wenn ihr dran bleibt, könnt ihr euch die Figuren jetzt gleich noch auf dem Drehteller genauer angucken. Also bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.